Das Symposium ist ein in Dialogform verfasstes Werk des griechischen Philosophen Platon. Darin berichtet ein Erzähler vom Verlauf eines Gastmals, das schon mehr als ein Jahrzehnt zurückliegt. An jenem denkwürdigen Tag hielten die Teilnehmer der Reihe Nachreden über die Erotik. Sie hatten sich die Aufgabe gestellt, das Wirken des Gottes Eros zu würdigen. Dabei trugen sie von unterschiedlichen Ansätzen aus teils gegensätzliche Theorien vor. Jeder beleuchtete das Thema unter einem besonderen Aspekt. Es handelt sich nicht um einen Bericht über ein historisches Ereignis, sondern um einen fiktionärin, literarisch gestalteten Text. Einige der Redner gingen auf konventionelle Weise vor, indem sie den Liebesgott verherrlichten und segensreiche Auswirkungen der erotischen Liebe schilderten und priesen. Verschiedentlich wurde aber auch vor den üblen Folgen einer schädlichen Erotik gewarnt. Zwei Redner der Komödiendichter Aristophanes und Platons Lehrer Sokrates präsentierten originelle Deutungen des Eros. Aristophanes erzählte den nachmals berühmten Mythos von den Kugelmenschen. Ihm zufolge hatten die Menschen ursprünglich kugelförmige Rümpfe. Später wurden sie vom Göttervater Zeus zur Strafe für ihren Übermut in zwei Teile entzwei geschnitten. Der Mythos deutet die erotische Begehrde als Ausdruck des Strebens der halbierten Menschen nach Wiedervereinigung mit der jeweils fehlenden Hälfte. Die Rede des Sokrates der als letzter das Wort ergriff bildete den Höhepunkt des Gastmals. Sokrates behauptete er berichte nur von seinen lange zurückliegenden Unterhaltungen mit Diotima einer weisen Frau, die ihn einst über die Liebe belehrt habe. Ihre Sichtweise habe er sich zu eigen gemacht. Das Eros-Konzept der Diotima entspricht Platons eigenem Verständnis der Erotik, für das sich seit der Renaissance die Bezeichnung platonische Liebe eingebürgert hat. Es beinhaltet einen philosophischen Erkenntnisweg, einen Aufstieg, der vom Besonderen zum Allgemeinen, vom Vereinzelten zum Umfassenden führt. Der Liebende richtet den erotischen Drang im Lauf seines gestuften Erkenntnisprozesses auf immer umfassendere, allgemeinere, höherrangige und daher lohnendere Objekte. Der Weg beginnt mit der spontanen Begehrde nach einem einzelnen schönen Körper und endet mit dem würdigsten Ziel, der Wahrnehmung des nur geistig erfassbaren Schönen an sich. Mit dieser Schau des absolut Schönen erreicht die Sehnsucht des Erotikers ihre Erfüllung. Im letzten Teil des Dialogs wird das unerwartete Ende der Redenreihe geschildert. Der prominente Politiker Alkibiades, der später als Feldherr berühmt wurde, kam betrunken ins Haus, nachdem Sokrates seine Ausführungen beendet hatte. Alkibiades hielt ebenfalls eine Lobrede, aber nicht auf Eros, sondern auf Sokrates. Auch hierbei ging es um die Liebesthematik, denn zwischen Sokrates und Alkibiades bestand eine homoerotische Anziehung. Das Symposium bietet die erste ausgearbeitete metaphysische Lehre vom Eros. Es gilt als literarisches Meisterwerk und zählt zu Platons einflussreichsten Schriften. Seine stärkste Nachwirkung erzielte es erst in der Neuzeit, wobei der Renaissance-Humanist Marcillo Ficino mit seiner Interpretation des Dialogs wegweisend war. Im Lauf der Zeit kam es aber zu einem Bedeutungswandel des Begriffs platonische Liebe, dessen Endergebnis eine fundamentale Umdeutung war. Daher hat die heute gängige Begriffsverwendung eine Liebesbeziehung ohne sexuelle Komponente nur noch entfernte Ähnlichkeit mit Platons Konzept des Aufstiegs zum Schön, Ort, Zeit und Umstände. Das Gastmahl findet in Athen der Heimatstadt der Teilnehmer im Hause des Tragödiendichters Angathon statt. Der Zeitpunkt lässt sich relativ genau bestimmen. Es ist ein Tag im Februar des Jahres 416 v. Vor anderthalb Jahrzehnten ist der Peloponesische Krieg ausgebrochen, in dem sich Athen gegen Sparta und dessen Verbündete behaupten muss. Momentan herrscht noch der 421 geschlossene Nikiasfrieden, der die Kampfhandlungen für einige Jahre unterbrochen hat. Doch nährt sich die Ruhepause ihrem Ende. Schon im folgenden Jahr wird auf Betreiben des Alcibiades die Sizilien-Expedition der Athener beginnen ein militärisches Abenteuer, dessen katastrophaler Ausgang den Auftakt zu einer neuen Phase der Kämpfe zwischen den Kriegsparteien bildet. Der Anlass des Gastmals ist Angathons Sieg bei den Lenin, einem Dionysos-Fest, bei dem Bühnenautoren mit ihren Werken in einen Wettkampf treten. Der junge Angathons hat soeben mit seiner Tragödie den Wettstreit gewonnen und nun am Tag nach der großen Siegesfeier eine Schar von Freunden zu einem festlichen Beisammensein eingeladen. Der Sieg Angathons ist ein historisches Ereignis aber das Gastmal ist wohl frei erfunden. Der Verlauf der Zusammenkunft wird nicht direkt erzählt. Vielmehr ist die Darstellung des Symposions in eine Rahmenhandlung eingebettet, die sich nach der vorherrschenden Forschungsmeinung um 400 ein Vierhundertstel V. CHR, abspielt also rund anderthalb Jahrzehnte nach dem geschilderten Ereignis. Nach einer abweichenden Datierung fällt die Rahmenhandlung ins Jahr 404 V. CHR, das Todesjahr des Alcibiades. Für diesen Ansatz wird geltend gemacht, die Ermordung des Alcibiades könne nicht lange zurückliegen. Apollodorus, ein Schüler des Sokrates, erzählt einer Gruppe von wohlhabenden Freunden aus der Athena-Oberschicht von dem inzwischen berühmt gewordenen Gastmal, zu dessen Zeit er noch ein Kind war. Seine Informationen hat er von Aristodemus, der damals unter den Gästen war. Außerdem hat er auch Sokrates befragt, der einige Angaben des Aristodemus bestätigte, Sokrates ist zur Zeit der Rahmenhandlung noch am Leben. Die Redner konkurrieren miteinander, ihre improvisierten Reden sind Ausdruck eines Wettkampfs, den derjenige gewinnt, der die anfangs gestellte Aufgabe am besten bewältigt. Die Teilnehmer Alle Teilnehmer des Gastmals, deren Reden in Platons Werk wiedergegeben werden, sind Personen, die tatsächlich gelebt haben. Apollodorus, der in der Rahmenhandlung als Erzähler auftritt, war ein eifriger Anhänger des Sokrates und begleitete ihn stets. In der Forschung ist umstritten, ob man ihn mit einem gleichnamigen Bildhauer identifizieren kann. Als literarische Figur bei Platon ist er leicht erregbar, enthusiastisch und unbeherrscht. Erst etwa drei Jahre vor der Rahmenhandlung hat er sich Sokrates angeschlossen. Aristodemus, der einer der Gäste in Angathons Haus war, hat Apollodorus einen detaillierten Bericht über den Verlauf des Symposions gegeben. Platon beschreibt ihn als einen der eifrigsten Verehrer des Sokrates und als kleinwüchsigen Mann, der wie sein Vorbild barfuß zu gehen pflegte. Phaedros, der im Symposion die erste Rede hält, ist als historische Person in den Quellen gut bezeugt. Der historische Phaedros war ein vornehmer Athener aus dem Demos Myrinis, der tatsächlich zum Umkreis des Sokrates gehörte. Er wurde um die Mitte des 5. Jahrhunderts v. chr. geboren, war also rund zwei Jahrzehnte jünger als Sokrates. Aufsehen erregte er durch seine Verwicklung in einen Skandal, der im Jahr 415 v. chr. das politische Leben Athens erschütterte. Junge Männer hatten in Privathäusern die Mysterien von Eliuses parodierend nachgeahmt und dadurch profaniert. Das wurde als schweres Verbrechen gegen die Religion strafrechtlich verfolgt. Phaedros wartete ebenso wie andere Tatverdächtige ein Gerichtsverfahren nicht ab, sondern floh ins Exil. Seine Verurteilung in Abwesenheit ist in schriftlich bezeugt. Sein Besitz wurde konfisziert. Später profitierte er jedoch von einer Amnestie und durfte zurückkehren. Phaedros tritt auch in Platons nach ihm benanntem Dialog Phaedros auf, wo ebenfalls die erotische Leidenschaft thematisiert wird. Er ist ein Liebhaber kunstvoller Rhetorik. Im Symposium zeigen seine Ausführungen, dass er die Regeln der Redekunst beherrscht. Sein Verständnis des Eros beschränkt sich aber auf die konventionelle Sichtweise seiner Zeit, die er gefällig präsentiert. Weiterführende Gedankengänge trägt er nicht bei. Pausaniasch ein weiterer Teilnehmer des Rednerwettstreits ist als historische Gestalt nur undeutlich fassbar. Auch im Symposium des Geschichtsschreibers Xenophon eines Zeitgenossen Platons wird auf sein Liebeskonzept Bezug genommen. Er stellt die Unterscheidung zwischen einer tugendhaften und einer schändlichen Erotik in den Mittelpunkt seiner Ausführungen und thematisiert das in Der Gesellschaft Schickliche und Unschickliche. Zwischen ihm und dem Gastgeber Angaton besteht eine erotische Beziehung. Der dritte Redner, dessen Stellungnahme im Dialog wiedergegeben wird, ist Eryximachus, der seit langem mit Phaedros befreundet ist. Als Arzt und Sohn eines Arztes fasst er den Eros aus physiologischer Perspektive ins Auge. Er beurteilt ihn unter dem Gesichtspunkt der Zuträglichkeit und unterscheidet zwischen einem gesunden und einem krankhaften Eros. Dabei tritt er selbstbewusst auf und setzt volles Vertrauen in sein medizinisches Wissen. Sein Stil ist klar und nüchtern. Unklar ist, ob der historische Eryximachus mit einem gleichnamigen Athena zu identifizieren ist, der wie Phaedros 415 v. chr. des Religions Frevels beschuldigt wurde. Die nächste Rede hält der berühmte Komödiendichter Aristophanes. Er begnügt sich nicht mit einer Verherrlichung des Eros, sondern wählt mit seinem Kugelmenschenmythos einen originellen Ansatz zur Deutung des Wesens der erotischen Bindungen. Seine Rede ist reine literarische Fiktion, ein historischer Zusammenhang zwischen dem Dichter Aristophanes und dem, zumindest in dieser Gestalt, von Platon erfundenen Kugelmenschenmythos ist nicht anzunehmen. Im Symposium fügt sich Aristophanes als Dialogfigur harmonisch in den Kreis der am Gelage teilnehmenden Gäste ein. Der historische Aristophanes hingegen verspottete Sokrates und die sokratische Philosophie in seiner 423 aufgeführten Komödie Die Wolken. Damit trug er zur negativen Einschätzung des Philosophen in der Öffentlichkeit bei und förderte die Gleichsetzung der Philosophie mit der in konservativen Kreisen verrufenen Sophistik. Dieser schlechte Ruf wurde Sokrates später zum Verhängnis, als er 399 wegen Unfremmigkeit und Verführung der Jugend angeklagt und zum Tode verurteilt wurde. Nach Aristophanes ergreift der Gastgeber Angathon, ein junger Mann, das Wort. Er hält eine konventionelle, mit rhetorischen Stilmitteln ausgeschmückte Lobrede auf den Gotteros. Sie ist nicht tiefsinnig, aber sorgfältig disponiert und formal brillant. Über den historischen Tragödienlichter Angathon ist wenig bekannt. Er war gut haussehend, reich und einbegabter Stilist. Komödiendichter, insbesondere Aristophanes, verspotteten ihn. Aristophanes nahm sein sehr gepflecktes Äußeres und seine Ausdrucksweise aufs Korn und stellte ihn als verweichlich dar. Agathons Werke, von denen einige Fragmente erhalten sind, fanden bei den Zeitgenossen an Klang. Sokrates ist im Symposium wie in zahlreichen anderen Dialogen Platons die Hauptfigur. Zur Zeit des Gastmals ist er 52 oder 53 Jahre alt. Bei der Aufgabe, die den Rednern in diesen Dialog gestellt wird, ist er in seinem Element. Denn die Liebe ist ein Thema, das ihn besonders intensiv beschäftigt. In seiner gewohnten Bescheidenheit behauptet er sogar, sie sei das einzige Wissensgebiet, von dem er etwas verstehe. Auch in anderen Dialogen Platons zeigt Sokrates ein stark ausgeprägtes Interesse an der Liebe und der philosophischen Auseinandersetzung mit ihr. Zwar ist er verheiratet und hat Kinder, doch scheint seine Neigung ausschließlich homoerotischer Art zu sein. Trotz der Macht der erotischen Reize, die auf ihn einwirken, verliert er nie seine legendäre Selbstbeherrschung, die von seiner Umgebung bewundert wird. Alcibiades, der selbst seine Leidenschaft keineswegs zu zügeln versteht. Auch sonst erscheint Sokrates im Symposium ebenso wie in anderen platonischen Dialogen als Meister der asketischen Disziplin, den nichts von seinen Zielen ablenken oder aus dem Gleichgewicht bringen kann. Weder körperliche Strapazen noch gefährliche Situationen während einer Schlacht können ihm etwas anhaben. Bezeichnend ist auch seine Trinkfestigkeit, der Weingenuss beeinträchtigt seine geistige Klarheit überhaupt nicht und seine Fähigkeit, die ganze Nacht hindurch philosophisch zu diskutieren ohne dass sich Ermüdung einstellt. In Platons verherrlichende Darstellung ist Sokrates die Verkörperung des idealen Philosophen und der vorbildliche Mensch schlechthin. Die Wirkung seiner seelischen Schönheit ist so stark, dass sie ihn auch erotisch attraktiv macht, obwohl er körperlich weit vom Schönheitsideal seiner Zeit entfernt ist. Unter philosophiegeschichtlichem Gesichtspunkt ist zu beachten, dass generell die Ansichten, die Platon seiner Dialogfigur Sokrates in den Mund legt, nicht mit denen des historischen Vorbilds übereinstimmen müssen. Dennoch ist anzunehmen, dass die idealisierende Schilderung von Sokrates' Haltung im Symposium eine historische Grundlage hat und die Hauptzüge der literarischen Gestalt ungefähr denen der geschichtlichen entsprechen. Nach der vorherrschenden Forschungsmeinung ist Sokrates hier wie auch in anderen Werken Platons das Sprachrohr des Autors. Er trägt dessen Auffassung vor. In seiner Rede beschränkt sich Sokrates darauf die Auffassung Diotimas, der er sich anschließt, wiederzugeben. Nach seiner Darstellung war sie eine weise Frau aus Mantinea in Akkadien, eine Seherin, die über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügte. Er berichtet, sie habe den Ausbruch der Pest in Athen um zehn Jahre verzögern können. Daraus ist ersichtlich, dass sie als Priesterin fungierte. Gemeint ist die Pest, die in Athen im Jahr 430 v. C.H.R. Ausbrach. Der seltene Frauenname Diotima bedeutet die von Zeus geehrte oder die Zeus ehrende. Umstritten ist, ob Diotima eine von Platon frei erfundene Gestalt ist oder ein historisches Vorbild hat, das möglicherweise tatsächlich diesen Namen trug. Manche Forscher sehen in ihr nur eine literarische Figur, andere nehmen einen Zusammenhang mit einer realen Person an oder schließen ihn zumindest nicht aus. Von besonderer Art ist der Auftritt des Alkibiades, der außerplanmäßig und als letzter das Wort ergreift. Er entwickelt keine Theorie des Eros, sondern berichtet als Erotiker von seinem Erleben. Der historische Alkibiades war im späten 5. Jahrhundert v. C.H.R. Einer der einflussreichsten athenischen Politiker. Zur Zeit des fiktiven Dialoggeschehens war er etwa 34 Jahre alt und stand auf der Höhe seiner Macht. Die offensive, weit ausgreifende Politik Athens wurde maßgeblich von ihm gesteuert. Er war der Hauptinitiator der Sizilien-Expedition von 415, konnte dann aber diesen Feldzug nicht mitgestalten. Da er wegen seiner angeblichen Rolle im Religions-Freeville-Skandal seines Postens als Flottenbefehlshaber enthoben und angeklagt wurde. Darauf floh er und trat in den Dienst der Gegner seiner Heimatstadt. Später wechselte er erneut die Seiten und übernahm wieder ein athenisches Flottenkommodo. Er stand Sokrates nahe, zählte aber nicht zu dessen Schülern. Als Dialogfigur Platons zeigt Alkibiades den Ehrgeiz des historischen Vorbilds, tritt aber selbstkritisch auf und räumt seine fatale Charakterschwäche freiwillig ein. Er gibt zu, dass die Ruhmsucht ihn beherrscht und dass er ihretwegen die ethischen Grundsätze des Sokrates missachtet, obwohl er deren Berechtigung nicht bestreiten kann. Damit offenbart er eine Haltlosigkeit, die in scharfem Kontrast zur Prinzipienfestigkeit des Sokrates steht. Seine erotische Bindung an Sokrates, dessen Überlegenheit ihn beschämt, stürzt ihn in ein Dilemma, aus dem er keinen Ausweg findet. Er steht beispielhaft für die begabten und ehrgeizigen Politiker, die Staaten lenken wollen, aber sich selbst nicht zu beherrschen vermögen und an ihrem Mangel an Selbstdisziplin scheitern.